Mit aufstrebender Form, vor allem Franz Beckenbauer, überragend, souverän, wie in den Jahren vor der großen Bayern-Krise. Rechtzeitig in Form vor dem Englandspiel am Mittwoch, Gerd Müller, wendiger geworden wieder. Gerd Müller, jetzt kommt er ins Bild, nicht genau gedeckt. Eine typische Szene, Anschlusstreffer zum 1 zu 2. Die Bayern hatten sich zu diesem Zeitpunkt im Parkstadion vor 70.000 schon links respektvoll. Und vier Minuten vor Schluss noch einmal eine große Szene von Gerd Müller. Hier, Ausgleich zum 2 zu 2. Schlusskommentar aber von dem... Schlusskommentar aber von dem 1 zu 2. 18. Sponsorged Sponsorged